Jetzt will ich gerade das Video aufnehmen und lese die erste Aufgabe, da steht, welche Art von Winkel ist der grün markierte Winkel und denke mir, was so man ist in der Welt, ist das denn? Und dann habe ich mir das Originalvideo angeschaut und Sal sagt, das hier seien Ameisen. Okay, das ist da wahrscheinlich die lange Zunge, die hier rausschnellt, um hier die Ameise zu erwischen. Jetzt sagen sie uns hier, wir sollen den grün markierten Winkel bestimmen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, meinen sie den Außenwinkel oder den Innenwinkel? Und ich habe natürlich geschmummelt, sie meinen in dem Fall diesen Winkel hier innen. Okay, jetzt gucken wir mal. Als Auswahl haben wir spitzer Winkel, stumpfer Winkel, rechter Winkel. Und wir haben gesagt, bei einem rechten Winkel, da könnte man die horizontale Gerade hier so verlängern, die horizontale, die waagerechte. Und wenn wir dann sehen, dass der Winkel hier genauso groß ist wie hier, und das ist augenscheinlich wohl der Fall, dann handelt es sich um einen rechten Winkel, den wir dann mit so einem Punkt markieren können. Wenn du jetzt vorstellst, dass dieser Ameisenfresser hier so mehr von hier kommt, ja, dann wäre der Winkel hier natürlich dann hier ein spitzer Winkel und der auf der anderen Seite ein stumpfer Winkel. Okay, aber die kommen jetzt hier schön aufrecht, waagerecht, senkrecht aufeinander. Das heißt, es handelt sich hier um einen rechten Winkel und da machen wir gleich mal die nächste Aufgabe. Jetzt ist hier die Frage für dich, welche Winkel in dem Diagramm sind stumpfe Winkel? Du kannst dir wieder überlegen, hier ist also eine Gerade, die ist ganz waagerecht, ja, und die andere, die ist jetzt nicht senkrecht dazu, also die schneidet die nicht aufrecht, sondern so schräg, schief. Das heißt, es entstehen keine rechten Winkel überall, sondern spitze und stumpfe Winkel. Die Spitzen, das waren jetzt nochmal die, die also kleiner sind als ein rechter Winkel. In dem Fall wären die Spitzen hier B und D. Und die stumpfen sind dann natürlich die großen Winkel. C und A sind stumpfe Winkel. Hier steht auch, wähle alle Zutreffenden aus, das bedeutet, du kannst mehr als einen anhaken. Wir haben also A und C hier als stumpfe Winkel. Welche Winkel in diesem Diagramm sind spitze Winkel? Ich glaube, das ist jetzt schon schnarchig langweilig hier. Also wir haben natürlich, wenn wir uns überlegen, hier wäre eine senkrechte Gerade, haben wir aber nicht gegeben, also haben wir wieder zwei Nebenwinkel, wo einer klein ist und einer groß. Der kleine in dem Fall ist natürlich der spitze, also A und C sind die Spitzenwinkel. Eine letzte haben wir noch. Welche Art von Winkel ist der unten hervorgehobene Winkel? Jetzt haben sie es mal schön gemacht. Guck, hier ist es angezeigt, wir reden also über diesen Innenwinkel und nicht über diesen Außenwinkel. Also wir haben jetzt hier sozusagen zwei Schenkel, die von diesem Scheitelpunkt hier weggehen. Und wir können uns das überlegen, wenn wir das hier verlängern würden und sagen, dass der und der Winkel gleich groß wären, dann hätten wir hier einen rechten Winkel. Es sieht aber nicht so aus. Es sieht aus, als wäre der hier kleiner und der hier größer. Und der größere, den nennen wir immer den stumpfen Winkel. Cel hatte in seinem Video ein Beispiel mit Pizza, das hätte ich gerne gemacht, aber es kommt hier einfach jetzt nicht vor. Deshalb Tschüss! Vielen Dank!